Ja, jetzt fahren wir nochmal rein nach Kalitär und den letzten Abend verbringen wir dann in einer griechischen Taverne beim schönen leckeren Abendessen. Ja, jetzt fahren wir mal rein. Roland hat einen Bluehaven und ich, leider ist es schon aus, habe einen Red Sombrero Ja, irgendwann ist auch die schönste Zeit vorbei, irgendwann ist die Urlaubszeit vorbei So, wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg vom Hotel zum Flughafen nach Thessaloniki Da geht dann heute Morgen unser Flieger um 10 Uhr nach Düsseldorf Ja, ich hoffe, mein Reisevlog hat euch gefallen, ich habe ein paar schöne Bilder mitgebracht Und über einen Kommentar oder über einen Like würde ich mich natürlich freuen Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier auf meinem oder auf meinem Kanal In diesem Sinne, tschüss und tschau und servus So, und hier an der Tankstelle, wo unser Urlaub quasi auch begonnen hat mit dem Abholen des Mietwands Und jetzt, da endet der Urlaub dann jetzt schon fast Jetzt haben wir gerade den Wagen abgegeben und jetzt warten wir noch auf unserem Fahrer, der uns in den Flughafen bringt Bis zum nächsten Mal